Wir feuern jetzt ab in Runde 2 und zwar mit Jona Niemitsch und Benni Wolter. Gut, dann würde ich sagen, heute fange ich mal mit A an. Stopp, L. Ist gar nicht so einfach. Der lila Lumberbär ist kein Tier. Fertig. Ich bin gespannt. Ich auch. Dann hau raus, Jona. Stadt Leverkusen. Dann habe ich Leipzig. Wunderbar, beide 10. Land habe ich Lettland. Habe ich auch, beide 5. Fluss habe ich Lister. Ja, klasse. Existiert, existiert, existiert. Ich hab nichts. Der ist bei uns. Da ist die Lister. Ja, alles gut. Ja, super. Da sind die 20 Punkte, die ich aufhole. Die sind schon mal da. Da sind die 20 Punkte, die hole ich auf. Beruf habe ich LKW-Fahrer, Lastkraftwagenfahrer. Ja, ich habe Lehrer. Hier habe ich Lux. Ich habe Lamm. Ja, wunderbar. So, 10, 20, 30, 35. Also ganz im Ernst, Respekt. Für die Einstiegsrunde war das richtig gut. Wirklich gut. Daumen nach oben natürlich. Und den Kanal abonnieren. Genau, die Glocke aktivieren. Sonst Abmarsch. Ja, sonst geht das Reihunverbot. So. Okay, pass auf. Wir starten in Runde 2. Sag mir mal bitte noch die beiden Kategorien, die jetzt neu dazukommen. Duftkerzenaroma kommt dazu und Superkraft. Jawoll. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf das nächste Stopp und fange an mit A. Stopp. So. Also ich starte. Ja, ich bin gespannt. Stadz habe ich, schwer zu entziffern hier. Stadz habe ich Darmstadt. Nicht Düsseldorf. Ne, das wäre jetzt einfach. Ja, habe ich Düsseldorf. Ja, habe ich Düsseldorf. Ja, habe ich Düsseldorf. Ja, habe ich taktisch gedacht. Das war schon in meiner früheren Profekarriere. Eine meiner Stärken. Taktisch denken. So, Land habe ich Dänemark. Deutschland. Ja, okay. Fluss habe ich Donau. Ich habe auch Donau. Ja, aber immerhin. Beide. Ja, aber immerhin. Das ist ein Fluss. Ja. Duftkerzenaroma habe ich Doppelapfel. Ich habe Dünger. Ja. Kann man erzählen lassen. Absolut. 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 Und Superkraft habe ich Dummsein. Denn diese Superkraft beherrsche ich. So. Oh. Ich hätte einfach denken. Ich möchte natürlich fair spielen. Ist für euch auch Dummsein eine Superkraft? Dann machen wir Spanns. Machen wir Spanns. Machen wir Spanns. Kurz vor Schluss nochmal einen Ausgleich kassieren. Ganz gerne. Ey, das ist mir ja schon wirklich jetzt, das ist ja schon fast unangenehm. Aber machen wir Spanns. Alles entscheidende Runde. Oh. Ja. Jona, hol mal raus. Die beiden neuen Kategorien, die jetzt dazu kommen. Einmal ist es Kosename. Ja. Und einmal Anti Geschenk. Und wir starten. Und zwar mit A. Stopp. M. Stadt. Sind aber unterschiedlich. Lanz. Stopp. Ich bin ja auch bei verschiedenen Antworten. Ja. Mal sagen, ob das stimmt. Also wir fangen an mit Stadt. Ja. Da habe ich Mannheim. Ich auch Mannheim. Alter. Fünfer. Land habe ich Malta. Ich habe auch Malta. Oh. Ja, okay, warte. Oh, die alles entscheidende Runde. Ja, wir machen alles gleich. Toll. Supi. Fluss habe ich Main. Ist mein Fluss? Ja. Frankfurt am Main. Ist gar nichts. Ist gar nichts. Okay. Mein Zwanni. Kosename habe ich Mausi. Ich habe Martin genommen einfach. Ja. Dein Kosename ist Martin. Sag mal, das ist Jessica meine Freundin. Ich nenne sie liebevoll Martin. Ja, okay, klar. Supi. Anti Geschenk habe ich Müll. Ich habe Mäuse. Ja. Ja, ja. Können auch tote Mäuse sein. Ja, genau. Ich glaube, wenn wir jetzt zusammenzählen. Ich habe die 20 Punkte nicht aufgeholt, ne? Die Gini leider verspielt hat. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber du kannst ihm ja noch ein paar Größe ausrichten. Ja. Oder umgräzigen. Ich habe wenigstens das Unentschieden geholt. Richtig. Ja, genau. Viermal das Gleiche gehabt. Viermal das Gleiche? Ja. Sind auch quasi 20 Punkte. Die Doppelungen, die sind eigentlich schon stark. Ja. Wir sind gleich hochbegabt. Absolut. Sollte man auch in den Kommentaren mal vermerken. Ich geh 150, ne? Dass das das schlaue Auto ist gerade. Respekt, Jonah. 120 Punkte. Benni auch 120 Punkte. Boah, krass. Das sind nur 105, übrigens. Das bedeutet wiederum, Familie Wolter, die Wolter-Zwillinge schlagen Fortuna. Ja. Freundschaftlich natürlich. Ja, natürlich nur freundschaftlich und natürlich auch nur im Stadt-Land-Fluss. Weil wir, wie wir schon gelernt haben, nicht mit 33 Gegenturen. Ich bin buchbar. Nimm dich. Nimm dich im Tor. Aber das war jetzt auf jeden Fall Stadt-Land-Fluss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Uns hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein bisschen was Neues dazugelernt. Falls euch eine Superkraft mit W irgendwie mal so aus dem Stehgreif einfällt, lasst es uns wissen. Wir würden uns darüber freuen und sagen einfach mal wieder, bis zum nächsten Mal. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020